halli hallo hallöchen ihr glücksspielabhängigen ich bin mir da auf 2 und bevor wir anfangen denkt dran ich habe ein ref code den guten benutzen willkommen die 150 tokens der heißt du sie zockt und ich krieg davon auch 150 tokens was super geile sache ist finde ich ok so viel dazu so viel dazu wir haben ein dollar 91 1.000 1.000 1.000 1.000 kiste das lassen wir mal das ist nicht optimal optimal so ich habe wieder keine zahlrausschreiben aber warum machen noch mal nicht ein leute ich sage euch das wird eine kurze folge das wird eine sehr kurze folge ich überlebe doch nicht lange mit den tokens ich überlebe überlebe doch nicht lange wir kriegen hier gar nichts raus ich bin hier gar nichts raus deswegen machen wir jetzt mal was anderes ich möchte gerne 100 setzen und ich möchte gerne mal drei haben wenn ich gewinne also runter damit 30 prozent 30 prozent wir machen party kurz oder schmerzlos schmerzlos noch mal die maschine lustig geht doch noch mal die 300 gewonnen ich bin noch mal noch mal ich habe ich habe mir tatsächlich lieb nein okay und noch nur ich bin bei gewinn gehe ich gehe ich gehe ja schon ist ja schon gut wenn du mich nur magst ich bin mir mein slot rein so 315 und kriegen wir nicht und was okay das kam unerwartet das kam echt unerwartet ja wie ich sehe es auch noch eine folge okay das kam sehr sehr unerwartet verkauft jetzt schon meine kuni vielleicht noch ich weiß nicht mehr welche zahlen werden welche zahlen wir nicht aus zahl herausfinden ja 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 das ist gut ich möchte aber gerne morgen story wie das jetzt sehe ich ja nicht nur was ich bekommen aber scheiße ok muss mit 300 319 was glaubt mal nochmal das kam sehr unerwartet dass ich gekriegt habe ok den nach und noch 252 22 und dann ist das gut für heute habe ich morgen noch glatt tokens und das war morgen morgen man dann mit dem m mit dem mit dem m mit 5 mal 200 genau jetzt am gut seit mal 1 entweder mich verlieren und gibt mir was ja das messer ist klar so dann wie immer dank zuschauen ich versuche mir nicht zu sterben bis morgen wieder